Oh, das Essen war echt lecker hier, ja? Ach ja, Mann. Die kommt jetzt aber auch krass, ne? Auf jeden Fall. Äh, Entschuldigung. Einmal bezahlen. Ja, sofort. So, Jungs, holt mal dann eure Kohle raus, ne? Was passiert jetzt? So, Jungs, einmal bezahlen. Ich hab mal eine Bitte. Kannst du mal bitte ein bisschen zurückgehen? Wie bitte? Ja, einmal zurückgehen, bitte. Äh, okay. Oh, der Laden ist gut, ne, hier? Der Laden ist schön hier, ne? Und können Sie einmal bitte nochmal vorkommen? Seht der da, Jungs? Ja, Bruder, ich seh das. Jetzt gehen Sie zurück. Ja, was geht ab gleich, Jungs? Was machen wir gleich noch? Ah, da bist du ja, Junis. Was geht ab? Alles gut bei der, Junis? Oh, Jungs, das Essen, das gefällt mir hier, ehrlich. Ist gut hier, ne? So, jetzt aber zahlen, Jungs. Hey, Jungs, wisst ihr was? Das Essen geht heute auf mich. Danke, Bruder. Ja, danke, Mann. Alles klar, das macht dann einmal 67 Euro, bitte. Also, Bruder, danke dir fürs Essen. War nicht nötig. Ich mach nicht sowas nächstes Mal. Ich wollt grad bezahlen. Alles gut, mach ich gerne. Was geht, was geht, was geht? Wo bleibst du, Junge? Dann lass mal los, ja. Jungs, wir fahren 100 Kilometer. Geld raus, wir müssen tanken. Warte mal, mein Vater, mein Vater, warte kurz. Hallo? Was? Wie, Krankenhaus? Ja, ja, ich komm sofort, ich komm sofort. Ey, Jungs, ich kann nicht mit, ja. Mein Vater, weißt du, Krankenhaus und so, ich muss da hin. Ja, Bruder, alles gut, alles gut, geh ruhig. Familie geht vor. Ja, haut rein, Jungs. Jungs, wisst ihr was? Heute geht Tank auf mich. Fahr los, Bruder. Ey, warte mal, warte mal. Mein Vater. Hallo? Was? Ach, musst du doch nicht rein, geht's hier wieder besser? Okay, Papa, freut mich, freut mich, ciao. Ey, Jungs, mein Vater geht's wieder besser, der muss doch nicht ins Krankenhaus. Ja, okay, Junge, dann her mit dem Tankgeld. Ja, Bruder, sofort, warte. Ah, fuck, Bruder, ich hab mein Portemonnaie zu Hause vergessen, ja. Ey, Jungs, warte, 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 mein Vater wieder. Hallo, Baba? Ja, musst du wieder rein? Ja, okay, okay, ich komm sofort, ich komm sofort. Mein Vater geht's wieder nicht gut, der muss wieder da rein, Jungs. Ich geh da hin, ja, ich muss los. Alles gut, Bruder, geh, geh. Okay, mein armer Vater, ja. Ah, Jungs, ich hab's gefunden, der lag da unten, der ist mir runtergefallen. Hast du gefunden? Ach, Jungs, ja, mein Vater auch wieder, ruhig, ruhig, ruhig. Hallo, Baba? Wie jetzt? Musst du doch nicht rein? Was ist das für ein Krankenhaus, ja? Ja, okay, alles gut, alles gut, ja, dann geh nach Hause. Wir sehen uns später. Ich versteh das gar nicht, die sagen erst mal, der muss rein, wieder raus. Keine Ahnung, egal, lass mal los, Jungs, ja. Ich mein das auch ernst, weißt du? Schatz, wohin gehen wir? Was denn, wir gehen hier was trinken? Die hier? Nee, die gefällt mir gar nicht, lass mal besser an die andere. Was redest du? Die Bar ist krass, Will Smith war hier, Justin Bieber und sein Onkel waren auch hier. Echt jetzt? Ja, normal, ich hab die selber gesehen, komm, komm, wir gehen. Komm, komm, Schatz, setz dich hin, setz dich hin. Hier, such dir was aus, bestell was du willst. Hey, was ist das hier? Was denn? Ja, hier sind doch nur zwei Sachen. Ja, normal, Schatz, hattest du auch hier, da ist ein Öko-Laden, das ist VIP, hier kommt nicht jeder rein, weißt du, wegen Gesundheit und so. Ja, okay, dann nehm ich halt das. Was denn, Shisha oder Wasser? Ja, beides. Beides? Okay, kein Problem. Willst du nichts trinken? Nein, nein, ich hab keinen Durst. So, wie viel macht das? 3,80 Euro alles zusammen. Hier ist 4 Euro. Danke, warte, du bekommst noch 20 Cent zurück? Ja. Okay, bitte schön. Ja, danke. Schönen Abend. Ciao, ciao. Hä? Das ist noch gar nicht unsere Karte. Wo hat er die her? Brrr. Ey, Jungs, das mit Younes geht gar nicht, ja? Der Typ ist so galsig, das ist nicht mehr normal, ich werde behindert, Alter. Schwöre, lass uns den mal packen. Schwöre es dir, Alter. Oh, Jungs, was geht ab? Mal, reich mit dir. Ich will sie verarschen. Ey, entspannt euch mal, was ist los, Jungs, entspannt euch. Hau mal dein Geld draus, sofort. Bruder, ich hab kein Geld. Sofort raus, Jungs, die Taschen. Ey, ey, ey. Ey, Jungs, du guckst, du guckst, hier. Ey, Jungs, der hat hier einen Schuss dran. Gibt den verdammten Schlüssel her. Ich hab den nicht mehr, ich hab den verloren, Bruder. Wo ist der verdammte Schlüssel, Mann? Okay, okay, entspannt euch, okay. Hier. Was geht hier ab, Alter, ja? Hier, mach schon auf. Ey, Jungs, sein Portemonnaie hat ein Code. Gib dir verdammten Code. Code hab ich nicht, Jungs, ich hab den vergessen. Gib dir verdammten Code, hab ich gesagt. Gib jetzt. Ja, ja, ist okay, Jungs, entspannt euch. 4, 8, 0. Ja, geht doch. Oh, krass, voll viel Geld, das gehört mir nicht, Jungs.